Was ist bei einer Augenleseroperation bei einer Augenleseroperation? Bei einer Augenleseroperation kann man Beruhigungsmittel anwenden. Die sind eigentlich aber in der Regel nicht notwendig. Das hängt sehr stark von der Persönlichkeit ab. Bei Personen mit Ängsten ist es natürlich von Vorteil, aber das wird in der Routine kaum angewandt. Was ist bei einer Augenleseroperation?